hallo ich bin der wari und ich bin gerade auf dem weg zu meinen wildkameras die abgrasen abernten das wird hier mal wieder ein wildkamera ernte video ich wünsche euch viel spaß beim zu gucken und ich hoffe doch es sind ein paar geile aufnahmen dabei so Vielen Dank. Es regnet heute immer mal wieder. Finde ich ganz gut. Die letzten paar Tage waren ja extrem heiß. Das hat ja keiner mehr ausgehalten. Das ist jetzt die Siomo CY95 mit dem umgebauten Mikrofon. Die sollte ja jetzt nach dem Umbau weitaus bessere Tonaufnahmen gemacht haben. Aber gucken wir erstmal rein, was überhaupt drauf ist. Sollte. 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 Zähne Das war es so, ich habe es so, ich habe es so, ich habe es so, ich habe es so. So, okay, dann haben wir das alles kopiert, machen wir die wieder scharf. Bewegungsmelderfenster nicht abwischen, weil dieses Plastik, dieses Linsenplastik, was da drauf ist, das zerkratzt unglaublich schnell und die Kratzer stören dann in der Bewegungsmeldung oder die Bewegung springt dann in den Kratzer hin und her und dann kann die Kamera sich nicht richtig entscheiden, soll es jetzt auslösen oder nicht. Und dann geht es jetzt zur nächsten Kamera. Und dann geht es jetzt. Und dann geht es jetzt. Eine Waldkatze. Hallo. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So. 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 So.